Bewege einen Chip für eine wahre Gleichung bei 14 minus 25 ist gleich 13. Diese Aufgabe habe ich von einem meiner Zuschauer geschickt bekommen. Möchtest du es alleine probieren, dann klicke kurz auf Pause. Ich löse in 3, 2, 1 und los geht's. Vergiss nicht ein Abo da zu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wir nehmen den Chip mit der Nummer 5 und jetzt wird es gemein, wir legen ihn auf die 4. Dann haben wir 15 minus 2 ist gleich 13. Schreib mal in die Kommentare, wie lange ihr für diese Lösung gebraucht habt. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.